Wir haben einerseits, das Gebäude geht natürlich für die Nutzung, zum anderen los, wir gehen jetzt natürlich auch die Hauptschulen und Realschulen zusammen, damit also auch dieses Team, das ich hier präsentiert habe, sich darüber dokumentiert, dass man sich die Bälle zuspielt und auch die Gemeinsamkeit kultiviert. Vielen Dank. Vielen Dank.